Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video und zwar geht es heute um Kusama, auch ein Coin, der sich sehr sehr oft gewünscht wurde, indem wir auch schon, wie ihr seht, wir haben hier zwei grüne Boxen, das heißt wir haben hier schon zweimal nachgekauft. Lohnt sich jetzt überhaupt noch der Kauf? Welche Potenziale sehen wir überhaupt noch im Chart und wie gehen wir jetzt mit unseren momentanen Investitionen weiterhin vor? Das schauen wir uns im heutigen Video an. Außerdem droht möglicherweise auch kurzfristig schon eine Korrektur, die sich dann vielleicht wieder für Einstiege lohnt. Und das erfahrt ihr auch im heutigen Video, also bleibt auf jeden Fall dran, doch bevor wir starten, gerne den Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, um mich ein bisschen zu unterstützen und gerne natürlich wie immer in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen, wenn ihr Bock habt auf Signale oder sonstige Fragen habt, kommt einfach rein, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Damit genug Eigenwerbung gemacht, momentan traden wir hier bei knapp 35 oder knapp 36 US-Dollar, wir sind hier in einer großen Widerstandszone angekommen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wer die Livestreams und so immer ein bisschen verfolgt, dass wir einerseits Kusama in dem Bereich zwischen 37 und 34 US-Dollar akkumuliert haben und einmal hier unten in dem Bereich der 26 bis 24. Das heißt, wir müssten jetzt so ungefähr einen Einstieg hier zwischen 29 und 30 US-Dollar haben, manche sind auch, habe ich mitbekommen, erst deutlich, deutlich weiter unten reingegangen, also für die hat es sich richtig gelohnt. Aber es geht ja nicht darum, bei diesen ganzen Altcoin-Videos hundertprozentig den Boden zu erwischen. Klar, wer da unten gekauft hat oder dann erst das Video gesehen hat, top, aber es kann nicht jeder Altcoin. Und deswegen versuchen wir hier mit den Altcoin-Videos eben per DCA so gut wie möglich einen Boden im Bärenmarkt zu erwischen, damit wir dann im Bullrun besser aussteigen können. Ja, und wir haben jetzt hier eine ordentliche Rallye gesehen, also einen richtig schönen Abtrend, der natürlich einerseits noch mit ein bisschen, sag ich mal, positivem Volumen hier reingestartet ist, bis zu dem Top hier oben bei 37,11. Das Top haben wir sogar nochmal angetestet mit auch relativ viel Volumen hier im 4-Stunden-Chart. Also ob das jetzt wirklich schon das Top war, wage ich momentan noch ein bisschen zu bezweifeln. Ich kann mir immer nochmal so ein ganz, ganz kleines Leg-Up so bis, ich sage jetzt mal 37,50 hier oben vorstellen, weil, und jetzt wird es ein bisschen ernster, wir haben hier oben noch eine Ineffizienz liegen, so in diesem Bereich. Also minimal drüber hier noch. Des Weiteren haben wir dann hier oben auch noch eine kleine 4-Stunden-Supply-Zone, die auch hier oben noch reinkommt. Das heißt, wir haben hier nochmal so ein kleines Leg-Up, die Möglichkeit zwischen 37,30 bis 38,26 reinzukommen, beziehungsweise auf einen möglichen Short zu setzen. Würde ganz gut passen, wir haben eine sehr, sehr hohe Errors, also sehr, sehr hohe Bearish Divergence hier mittlerweile. Es hat sich viel angesammelt, das Volumen geht langsam raus. Trotzdem hoffe ich nochmal eben auf dieses kleine Leg-Up hier hoch, Short triggern und dann Abfahrt. Aber warum Abfahrt? Ich habe doch gerade eben gesagt, wir sind in einem starken Abtrend. Ja, sind wir oder waren wir, beziehungsweise klar, die Trendlinie hält noch, Volumen geht aber raus, Bearish Divergence. Und jetzt blicken wir mal, ihr seht hier schon diese gelbe Linie, wir blicken jetzt ganz kurz mal auf den Daily-Time-Frame. Und da seht ihr schon, wir befinden uns wie immer auf unserem Log-Chart, ziehen die Linie hier einmal quer runter. Und da seht ihr, okay, wir wurden hier einmal abgewiesen, zweite Mal, dritte Mal und jetzt das vierte Mal. Spricht eher dafür, normalerweise sagt man so, beim vierten, fünften Mal ist die Breakout-Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Hoch, ich erwarte hier trotzdem nochmal so kleinen Rücksetzer. Warum? Einerseits, weil wir jetzt impulsiv hier reingestiegen sind mit sehr, sehr hohem Volumen, was jetzt nachlässt und wir jetzt in eine dicke, fette Widerstandszone kommen. Einerseits durch diesen fast All-Time-High-Widerstand, dann durch diese ganzen Supply-Zonen, durch die Ineffizienzen, die wir jetzt hier gefüllt haben und eben dieses rausgehende Volumen. Und dann noch diese minimale Barrage-Divergence, die sich bei dem Hoch, wo wir jetzt gerade in den kleineren Timeframes drüber gesprochen haben, dass es nochmal minimal höher gehen würde, nochmal verstärken würde. Und das würde für eine Korrektur sprechen. Und wo würde uns diese Korrektur hinführen? Schauen wir uns natürlich jetzt auch gerade mal ganz kurz an. Und zwar nehmen wir hierfür einfach unser FIP-Level mal, ziehen das von unserem Low zu unserem derzeitigen High. Natürlich müsst ihr das anpassen, sollten wir jetzt wirklich nochmal ein höheres Hoch sehen, müsst ihr das minimal natürlich anpassen. Und sehen wir, okay, wo wäre der nächste Support? Wäre einerseits hier das 0,5er, würde ganz gut passen, aber ihr kennt mich, wir schauen hier immer gerne nochmal auf den Traders-Reality-Indikator, schauen, wo liegen mögliche Vector-Candles. Würde hier einerseits in diesem 0,5er-FIP-Level liegen, durch diesen Pump, den wir hier nochmal hatten, aber noch besser oder mehr Liquidität liegt einfach hier am 0,618er, 0,5er, also dem Golden Pocket. Machen wir den Indikator wieder aus, schauen uns das Bild nochmal ein bisschen klarer hier an. Und da sehen wir auch, okay, vergangenheitsmäßig hatten wir hier auch eine Menge Widerstand in diesem Bereich, beziehungsweise auch schon mal Support, das würde sehr, sehr gut passen. Also wenn wir hier, wo wir runter sind, hatten wir erste Schwierigkeiten, sind dann schön nach oben hin ausgebrochen, hier nochmal Support, dann wieder Widerstand, FTX, WIC natürlich auch noch alles mit dabei. Und hier hatten wir dann auch so ein bisschen Komplikation, das heißt, wir würden hier ehemaligen Widerstand, der schon mal Support war, aber trotzdem ehemaligen großen Widerstand, würden wir dann eben hier zu Support flippen. Also das ist so momentan das erste Ziel, hier runter nochmal in Richtung 27 US-Dollar circa, Mindestziel wären die 29,50, best case 27 US-Dollar hier, bestenfalls natürlich Support, vielleicht sogar einen doppelten Boden reinkriegen und dann mit neuem Schwung aus unserem Downtrend ausbrechen. Dadurch, dass wir jetzt die ganze Liquidität, die ganze Short-Liquidität, die hier sich momentan angesammelt hat, erst schon mal eingesammelt haben und damit ausgelöst haben, hätten wir dann beim zweiten Versuch deutlich, deutlich weniger Probleme und dann würde sich der Widerstand, den wir hier oben haben, sehr, sehr schnell in Luft auslöwen und wir könnten den nächsten Schwung mitnehmen bis ungefähr 50 US-Dollar. Und das wäre dann für uns schon der erste große Take-Profit, wo ich dann meinen Einsatz zumindest schon mal rausziehen würde, wir hätten hier knapp 100% gemacht und das ist so die Strategie, wer die Altcoin-Videos schon ein bisschen länger verfolgt, sobald wir hier 100% machen, Einsätze raus, vielleicht noch minimal Gewinn nehmen und dann seid ihr für den Bullenmarkt, für den potenziellen Bullenmarkt wieder sehr, sehr gut gerüstet, weil ihr im Endeffekt nur noch mit eurem Gewinn lauft. Das heißt, das Ding kann Richtung Null gehen und ihr habt keine Probleme mehr und das ist so meine Strategie, ihr müsst es nicht machen, klar, das ist keine Empfehlung hier, ich mache das halt einfach so, aber bisher sind wir bei den Altcoins hier damit sehr, sehr gut gefahren momentan zumindest. Ja, das wäre auf jeden Fall das nächste Ziel übergeordnet, hätten wir dann noch ein paar Ineffizienzen, einerseits hier oben die 55 und dann nochmal die 57, ist aber alles relativ hier im Rahmen. Dafür müssen aber, wie gesagt, der Downtrend nachhaltig durchbrochen werden, schönes, impulsives Breakout, das heißt, ich möchte dann sowas, was wir hier mit dieser Rallye gesehen haben, einfach nochmal nach oben hinziehen und das könnte uns dann bis 57 US-Dollar für die nächste Korrektur genügen. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr nachkaufen, aber das werden wir uns dann auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann nochmal in einem extra Video anschauen. Das war es von meiner Seite, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal natürlich kostenlos, würde ich mich drüber freuen, die Glocke auch aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt und kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheuen. Das war es von mir, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto!